hotdog dinger guter brauchen die vergesse mal die tiere zu füttern wort das können wir nicht bringen das müssen wir auch erweitern da da was rein da was rein überall was rein eine katze ich komme schon immer nach so die katze soll das da in der mitte holen ich klicke mir hier voll einen runter also wir werden nicht gold schaffen das sehe ich aber alles andere ist machbar alles andere ist wie gesagt machbar aber gold wird's netz mein lager ist beschissen voll ja ich muss mal das loswerden hier wir haben zu viel von diesen steaks hier das ist ein bisschen blöd so jetzt gibt es besser so jetzt kommt der riesenportion kohle angleich so seht ihr leute also wir packen das ist kein problem jetzt warten auf das hier die bären die kümmerung so eigentlich brauchen wir nur mehr alles verkaufen dann soll es gehen so fischer weg hotdogs weg das teure zeug eher weg danach die viecher weg eine kuh noch kaufen eine zweite kuh und dann haben wir es eh schon zwei schweine fehlen allerdings noch gut so schweine haben wir das haben wir erreicht jetzt verkaufen wir die ganzen schweine aber vorher gucke ich noch dass das sicher hinhaut ja jetzt verkaufen die ganzen schweine können wir das aufrüsten jawohl der ist jetzt ein super truck da können wir das jetzt verkaufen jetzt verkaufen wir alles was man haben die würstel weniger mehr die hotdogs so das recht silva ist schaffbar sobald der da ist der gibt doch schön gas haben wir gewonnen mit der kuh wir haben eine krau nicht nur eine sondern zwei schöne mission auch schöne mission wirklich also wir haben gut abgestaubt sticker gibt es keinen wir kämpfen uns nach oben also missionen gibt es da mehr als genug finde ich cool jetzt kommen wir langsam richtung kühe also saucen 15 mit vier schweinen zehn hühner und tester das ist machbar aber in 240 das ist ein bisschen hart das ist wirklich hart also von der zeit her gut wenigstens kriege hier tiere vier hammer dann geht man denen nur essen hier wir brauchen viel essen auf dem grill ja ja das da wir müssen hier produzieren und essen weil das gibt schön kohle so alles schön weiterentwickeln so wir brauchen auch sandwich das heißt ist da so und dann verkaufen wir brauchen wir brauchen wirklich einfach nur muss 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 das kann ich verkaufen die er kann ja auch verkaufen er sind nicht unser problem kriege sofort wieder neue pasta rein damit blablabla so ein mit der kacke so bis der wieder kommt dann haben wir das hier schön abgegradet so schöne soße und wir gehen in den verkauf wir verkaufen das und die pasta so jetzt haben wir ein bisschen kohle langsam ich bräuchte so eine katze denn ich komme schon wieder nicht da rein das lager muss erweitert werden also 800 so jetzt brauchen wir für das ein bisschen kohle alles geregelt hier Das da rein, das da rein, das da rein Ja, 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 ich komm gar nicht nach hier Wow, Bärchen-Power So, klick, 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 klick So, da auch, klicken, klicken, klicken Nein, die Scheiße So, so, so Oh, Essen, Essen, die war Hunger mal Scheiße Gerade noch So, dann können wir mal einen Verkauf starten So, jetzt muss ich mal ein bisschen umschauen Dass wir da klarkommen, Leute Also, so passt das So, das nehmen wir alles Mein Ketchup verschwindet schon, ey Ich komm da gar nicht nach So, wir müssen noch mal Ketchup kaufen Jetzt haben wir es leider verschissen So, das kommt da rein, das kommt da rein Das kommt da rein, das kommt da rein Hier kommt auch was rein Und wieder Essen Blablabla So, hier Hier Das nehmen wir Hier Das nehmen wir Das nehmen wir auch Das nehmen wir alles Das erweitern wir Boah, ich komm da mit dem Klicken Nicht mehr hinterher Das ist extrem, was du hier klicken musst So, das Das Wir brauchen ein bisschen Moos Können wir mal eine Katze leisten? Nein Das wäre nämlich wichtig, weil ich komm echt Dann immer mit dem Klicken nach hier Meine Sachen verschwinden schon bald Weil ich hier bin Wie man nachkomme Ein bisschen Essen soll man denen auch geben So, so, so Und Ketchup brauche ich wieder Äh, da kaufe ich jetzt hin Als Busch das So, Essen, Essen, Essen Blablabla 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 So, 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 so 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 Ich muss nur noch mal das Lager hier ein bisschen füllen Und dann passt das So, rein da Rein da Jetzt ist wieder Platz Mal das restliche Zeug hier aufnehmen Ich komm schon gar nicht mehr nach Silber schaffen wir auch nicht mehr Na ja So, wir brauchen einfach nur scheiß Sandwich Und den Rest haben wir, ne Das heißt Viel klicken, viel klicken, viel produzieren Da rein, da rein, da rein So So So, das haben wir Das haben wir Oh, gerade noch Silber Das ist so eine Massenklickerei Da würde ich mir wünschen Meinetwegen noch mehr produzieren Aber ein bisschen mehr Zeit So, dass man sich auch Katzen und sowas leisten kann Ja, ich hab's nur mehr geklickt Das habt ihr mitgekriegt, ne Es war schon hardcore diese Runde Geh mal in die nächste So So, 2 Minuten 50 für 10.000 erreichen Und 3 Hotdogs Die haben irgendwelche Tiere Hoffentlich am Anfang So Hotdogs, wie mach ich denn mit Schweinen, glaub ich, oder? Wie macht man Hotdogs nochmal? Äh, die Zeit rennt schon nicht, wer wird restarten dann? Mit Brötchen Okay, das heißt am Anfang ein paar Schweine und dann sollte das hinhauen Also, restart Restart So So Wir werden jetzt kaufen Auf jeden Fall mal eine Katze und zwei Schweine Weil ich hab nicht Lust, da dauert rumzuklickern Und wir brauchen Brötchen Eins, zwei, drei, vier Dann nehmen wir mal vier Und der Rest wird in Essen investiert Und dann sollte das schon klappen So In 2,50 wird's knapp, aber es ist machbar So Erste Brötchen kommen schon Per Flugpost So, du kommst auch her Den können wir gleich verkaufen Gibt ein bisschen Kohle, der Herr Bär So So Das da rein Das da rein So Und der erste Hotdog wird gemacht Der kommt genau richtig zum Verkauf dann So Wir brauchen dann noch mehr Schweine Für mehr Geld und so weiter Also es ist nicht so ganz ohne das Zeug da So So Dann können wir zwei Hotdogs verkaufen Das ist ein bisschen was wert Wenigstens das Zeug So 1300 ist er wert Jawohl Wir brauchen Brötchen Bisschen was zum Essen vielleicht auch Wäre nicht das Schlechteste der Welt jetzt So Das sammeln wir uns schön hier Kein Platz So eine Scheiße So Das Mistficht da rein Mistficht wird verkauft Bär auch Und ab geht's So So Lager weiter Noch zwei Schweine So Jetzt wird produziert Leute Zack 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 So Jetzt wird anders produziert Und wir brauchen noch Brötchen Da kaufe ich gleich einen Haufen Essen noch ein bisschen Unsere Tiere So Der Scheiße kommt auch gleich da rein So So Die Hotdogs hier gleich in Empfang nehmen Zack Da rein So 10.000 sollen wir schaffen Bis 250 Das werden wir nie im Leben hinkriegen Nie im Leben Naja Würde ich nicht sagen Würde ich nicht sagen Das kriegen wir so Naja Ich knurre Ich knurre Es ist nicht leicht Alles verkaufen können wir wenigstens Dann wäre es möglich Das funktioniert Aber sonst Mit dem Verkauf der Katze Vielleicht noch Aber sonst So Alles verkaufen Den erweitern Das müsste funktionieren So Dann probieren wir es mal Wir verkaufen jetzt einfach alles hier Was irgendwie nur wertvoll ist So könnte das funktionieren Anders nicht Das könnte sogar hinhauen Leute Ja Wir haben es geschafft Silver Nice one Nicht schlecht Gold war nicht drin Aber Silver ist ja auch in Ordnung Muss ja nicht immer Gold sein So Wir gehen zum nächsten Level Locker Zackig Flockig Geht das bei uns hier Heiter Weiter geht's Aufgabe Zweimal Frätzchen Zweimal Bär Sieben Hotdogs Und 6000 Und das ganze in 325 Gut Die beiden Das muss jedes Spiel von sich aus hergeben Das wird kein Problem Ihr müsst halt nur fangen Man sollte nicht das schwerste der Welt sein Hotdogs Das heißt mit Schweinen arbeiten Also sollten hier jetzt Hühner sein Schliegen die kleinen Oh fuck Wollte mich verarschen Die fliegen sofort in den Verkauf So Zwei Schweine mal Und das Lager erweitern Habe ich nicht gesagt Habe ich es nicht gesagt Diese Hühner So da kriegen nun ein drittes Schweinchen Jawohl So die Katze kann ich mir nicht leisten Aber okay Das passt schon Sieben Hotdogs Das heißt Wir brauchen Ein Brötchen kann ich mir leisten Mehr nicht Aber das ist ja okay Es geht nämlich schön in dem Verkauf Das ist 1300 Wert Und dann habe ich ein bisschen Geld So Steaks da rein Das da rein Der Hotdogs kommt Der Hotdog Kommt schon prompt So Das kann man hier Das kann man dann verkaufen Das sind 200 Wert Die Herren Bären So Das da Das da Und ein Hotdog wird produziert Das gibt schon Kohle Denn ohne Maus Äh ist nichts los So Schweine Rippchen hier Zack 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 Wir kaufen wieder zwei Brötchen So Den kann ich verkaufen Wenn ich mir mal aufverkaufen Dann kriege ich 1600 Das ist ein bisschen mehr So Schöne Produktion hier Leute Das kann ich weg So Hier auch Produktion 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 So Da was rein Kriege ich ein bisschen was zum Essen noch Ein Schweinchen mehr Wäre nicht schlecht So Rein Rein Zack Zack Und der Verkauf geht wieder raus So Wir brauchen Brötchen Jetzt kaufen wir gleich 10 Das wird ordentlich Asch geben 10 sind 13.000 Was wir einnehmen So Das bereitet jetzt vor Indem ich hier Schon mal vorgreife Da kommen meine Brötchen So Rein 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 Und Wumms So Jetzt haben wir die Scheiße da So das geht gleich in Verkauf Das dazu Jo Haut hin Leute Können wir uns nicht beschweren Das kann Gold werden Also Trau ich mir auch zu Das wird sogar locker Gold Ja locker will ich auch nicht sagen Aber es wird Gold So Ole ist jetzt nicht das Problem Und Hot Dogs Haben wir auch Alles kein Ding Das haben wir schön geschafft Die Mission So Sobald der Hot Dog rauskommt Haben wir es Und gewonnen Gold So Da stauben wir schön ab Oh Hi Die Kuh ist hier Und das Schwein Und Was bist du Ein Eichhörnchen So Einmal Slot Maschine Da mach ich doch mit Komm Gib mir was Gescheites Ich hab nur einmal Ja 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 Jawoll Mehr oder weniger Ein Hauptgewinn Hat doch hingekaut Leute Das Glück ist uns halt 500 Sterne Juuu Da kann man was anfangen damit So Eine Slot Maschine Ist auch okay Gibt Schlimmeres Besser das Als wir nix So Einen Coin kriegen wir wieder Ein letztes Mal noch Den Trostpreis haben wir gewonnen So Drei Coins Jawoll Wir haben noch das Glück Wir können noch dreimal Unser Glück versuchen Jawoll Dein Tausend Sterne Und das Ganze haben wir gemacht Als einen Coin Wenn es euch gefallen hat Abonniert mich Liked mich Schreibt einen Kommentar Ich würde mich wirklich drüber freuen Bis zum nächsten Mal Euer Zocker Andi Von Gameplay Deluxe Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Kom earnings Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020